Hallo Freunde des gepflegten Herr Buchs, heute die dunkle Seite, ein Thriller von Frank Schätzing. Der Klappentext, Wahnsinn oder Strategie, Köln 1999, ein scheinbar harmloser Geschäftsmann fehlt einem grausamen Verbrechen zum Opfer. Die Tat eines Verrückten, wer Gemini, Kölner Detektivin, die wider Willen in den Fall hineingezogen wird, erkennt schon bald die perfide Logik hinter der angeblichen Wahnsinnstat. Die Spur führt zurück ins Jahr 1991, in die letzten Tage des Golfkriegs und zu einem Geheimnis in der kuwaitischen Wüste. Begraben aber nicht vergessen. Mit einem Werkstattbericht von Frank Schätzing im O-Ton über Ideenfindung, Recherche und Entstehung des Buches. Meine persönliche Rezension. Zu Anfang fragt man sich sehr, wie denn diese verschiedenen Zählstränge zusammengehören. Doch dies wird nach der ersten Stunde klar. Gut, man hätte auch einfach den Klappentext vorher lesen können, aber das kann ja jeder. Obwohl es recht viele Personen gibt, kann man doch sehr gut sie auseinanderhalten. Wer wohin gehört. Dies ist beim Zuhören oft schwieriger als beim selber lesen, gelingt aber überraschend gut. Die Detektivin Vera Gemini wird engagiert, um den Freund eines Klienten zu finden. In etwa zeitgleich wird ein grausamer Mord an einem kleinen Gemüsehändler entdeckt. Beides scheint nicht zusammenzuhängen, aber natürlich ist da eine Verbindung. Dies ahnt man schon sehr früh. Sonst würde ja nicht von beiden Ereignissen berichtet. Aber wie die beiden zusammenhängen und was die Fremdenlegion damit zu tun hat, bleibt lange unglück klar und regt die Fantasie an. Die Verbindungen zur Fremdenlegion sind sehr anscheinend nicht geschrieben. Obwohl uns die Kriegshandlungen im Irak schon seit mehr als 20 Jahren mit Unterbrechungen beschäftigen, war mir nicht bewusst, dass dort tatsächlich auch die Fremdenlegion involviert war und immer noch ist. Man macht sich generell häufig zu wenig Gedanken um Ereignisse, die scheinbar weit entfernt sind. Man verdrängt einfach vieles. Dies ist auch bei den Figuren im Roman so. Sowohl die Detektivin Vera Gemini als auch ihr Kontakt bei der Polizei und ihr Klient alle verdrängen einiges. Aber verdrängt es, hat die schlechte Angewohnheit, irgendwann kommt es hoch. In diesem Fall löst es einige spannend beschriebene Entwicklungen aus und bringt die dunkle Seite aller Beteiligten zum Vorschein. 14 Stunden können im Auto sehr lang werden. Aber mit Frank Schätzings Roman, die dunkle Seite, zumindest nicht langweilig. Erschienen ist das Ganze im Hörverlag. Es sind zwei CDs und 849 Minuten ist das Hörbuch lang. Viel Spaß beim Hören. Wünscht euch euer Markus von der Literatur-Lounge.eu. Mann, 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 Mann.